Esther antwortete Mordechai, Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen, und esst nicht und trinkt nicht drei Tage lang, Tag und Nacht. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. ARD Text im Auftrag von funk